Kapitel 16 Drei Monate vor dem Fall Das unleimliche Glühen der Hand von Gul'dan lag über allem. Der Berg bebte wie ein geprügelter Hund, als die Schockwellen eines noch ungeborenen Erdbebens durch sein Inneres wogten. Grüne Lava stob in gigantischen Wolken in die Seen aus brennendem Stein, die man auf den unteren Hängen sehen konnte. Ringsum tosten gewaltige Konzentrationen magischer Energie. Mai vermutete, dass die Vorbeben einer vulkanischen Eruption mit dem Zauber zu tun hatten, der gerade gewirkt wurde. Akama hatte Recht gehabt. Ein Ritual von gewaltiger Macht war hier im Gange. Die unglaubliche Menge magischer Kraft war nicht zu leugnen. Ein Schauer grünlich-glühender Meteoriten zog einen Schweif über den Himmel. Sie waren wie ein unheilvolles Vorzeichen, doch wofür, das konnte sie nicht sagen. Ihre Leute oder zumindest ihre Nachtelfen waren Schatten zwischen den Schatten. Lautlos wie Attentäter, im Schlafgemach eines Königs huschten sie von Fels zu Fels. Die Draenei und die Zerschlagenen bewegten sich weniger verstohlen, sie waren zu groß, zu ungeschickt und zu stark. Akama wirkte wachsam und nervös, aber das war auch nur verständlich. Für jemanden, der so sensibel auf die Launen der Escherbenwelt reagierte wie er, musste das Beben des Berges äußerst verstörend sein. Sie selbst war ebenfalls beunruhigt. Dutzende von Aschenzungenkriegern lagen verborgen auf einem nahen Berghang. Nur ein kräftiger Leibwächter hatte Akama zu den anderen Kämpfern begleitet. Alles war genauso, wie er vorhergesagt hatte. Gruppen von jeweils 13 Zauberern standen in kleinen Kreisen beisammen und wirkten den mächtigen Zauber. Einige von ihnen waren Blutelfen, andere waren Naga, aber alle besaßen sie gewaltige Kräfte. Fädenmagische Energie tanzten zwischen ihnen hin und her und verbanden sie, während sie sangen und verschiedene Bewegungen mit den Händen machten. Etwas antwortete auf ihren Ruf. Ein paar in Roben gehüllte Illidari standen um die Zauberer herum. Sie konnten Leibwächter oder Diener sein, aber sie waren deutlich in der Unterzahl. Die kleinen Gruppen hatten sich über den Berg verteilt. Jede von ihnen stellte einen Punkt in einem großen Muster dar. Einen Fokus für die Energie, die durch sie zum zentralen Altar strömte. Während Maiev zu der Versammlung hinabblickte, verzog sie kurz ihre Lippen zu einem triumphalen Lächeln. Der Verräter selbst war auch da. Arroganz stand er vor dem Altar und dirigierte die Vorgänge. Er wirkte die große Beschwörung wie der meisterhafte Zauberer, der er war, und formte die Energien zu einem wirbelnden Strudel der Macht. Sie zögerte und überlegte, wie groß das Portal wohl wäre, das er hier öffnen wollte. So viel Energie und alles auf diesen einen Punkt gerichtet. Entweder wollte Illidan eine wahrlich unwiderstehliche Macht herbeirufen, oder er wollte eine Brücke zu einer unvorstellbar weit entfernten Ort spannen. Nicht, dass es wichtig war, sie würde ihm keine Chance geben, den Zauber zu beenden. Der Rest ihrer Krieger sollte inzwischen in Position sein, ebenso wie Sarius und seine Gruppe, die die Zauberer in Illidan's Nähe niederstrecken würden. Danach würde all den Opfern des Verräters Gerechtigkeit zuteil werden. Und das Instrument dieser Gerechtigkeit würde eine scharfe Klinge sein. Maiev verzitterte bei der Vorstellung, während sie mit den Fingern über die Schneide fuhr. Ein weiteres Mal blickte sie zu Akama hinüber. Der Zerschlagene fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Dann nickte er. Er wusste ebenso wie sie, dass der Moment gekommen war. Maiev hob die gepanzerte Hand und gab das Signal zum Angriff. Ein Brüllen erklang in der Ferne, als ein Panther-ähnlicher Gestalt aus dem Schatten sprang und ein Blutelfenmagier an die Kehle ging. Der Sindurai kreichte und ging zu Boden, aber die andere Zauberer bemerkten es kaum. Sie waren zu tief in ihrem Zauber versunken. Maiev hatte den perfekten Moment für den Angriff gewählt. Nicht einmal der Verräter schien Notiz von ihnen zu nehmen. Nicht einmal ein Augenblick lang. Ihre Draenei und Zerschlagene tauchten zwischen den Felsen auf und stürbten den Hang hinab, die einen mit bezückten Waffen, die anderen mit mächtigen Offensiv- und Defensiv-Zaubern auf den Lippen. Die wenigen Illidari, die um die Zauberer herumstanden, wurden völlig überrascht. Einige schafften es, rechtzeitig ihre Waffen aus den Hüllen zu reißen und Rücken an Rücken in Kampfstellung zu gehen. Maiev verabscheute die Sache, für die sie kämpften, aber ihren Mut mussten sie dennoch bewundern. Nur würde ihre Tapferkeit keinen Unterschied machen. Die Angreifer waren zahlenmäßig klar im Vorteil. Sie mussten nicht einmal Akamaske Volksleute hinzurufen. Die Aschenzungen besaßen nicht die stellende Erfahrung ihrer Krieger. Sie waren nicht durch Monate und Jahre der Guerillakriegsführung in den Weiten der Scherbenwelt geprägt worden. Maiev nutzte ihre Fähigkeiten, um von ihrer Position aus direkt mit einem Nagerzauberer aufzutauchen. Ihre Klinge sauste herab und schlitzte ihm die Kehle durch, bevor er auch nur reagieren konnte. Ein schneller Schritt brachte die Wächterin in Reichweite eines weiteren Zauberers und sie hackte ihm mit einem Hieb den Arm ab. Die Luft erzitterte. Ein Moment lang kam der Pulsschlag, der Magie zum Stillstand. Die übrigen Zauberwirker verdoppelten ihre Anstrengungen. Es war möglich, dass ihre Beschwörung außer Kontrolle geriet, als zu viele von ihnen getötet wurden. Sollte eine so gewaltige Menge von Energie außer Kontrolle geraten, könnte das katastrophale Folgen haben. Maiev interessierte das nicht. Solange der Zauber Illidan vernichtete, wäre ihr eigener Tod ein akzeptabler Preis. Natürlich könnte ihm dennoch die Flucht gelingen. Er war schlüpfriger als eine Schlange und sein Selbsterhaltungstrieb wurde vermutlich nur durch seine Hinterliste übertroffen. Nein, sie musste auf Nummer sicher gehen. Er musste unter ihrer Klinge sterben. Das war die einzige Garantie dafür, dass ihre Aufgabe wirklich vollbracht wäre. Der Altar lag nun vor ihr. Und es sah aus, als würde der Verräter dem Überfall zu guter Letzt doch Aufmerksamkeit schenken. Die Kriegsleven wirbelten in seinen Händen, während er sich umblickte, um herauszufinden, woher die Angreifer gekommen waren. Maiev sprintete auf ihn zu. Sie hoffte in seine Reichweite zu kommen, damit sie mit einem Blinzeln hinter ihm erscheinen und den entscheidenden Schlag ausführen konnte. Da drehte Illidan den Kopf und starrte sie direkt an. Er hob die Gläfen und beschwor seine mächtige Magie. Der Zauber schien aber nichts mit dem Ritual zu tun zu haben, das sich ringsum noch immer entfaltete. Ein magisches Signal blitzte auf. Maiev spürte, wie sie ringsum unvermittelt Portale öffneten, Löcher im Gewebe der Realität. Nebelwolken wallten daraus hervor, als die unterschiedlichen Temperaturen der unterschiedlichen Luftdruck zwischen Anfangs- und Endpunkt aufeinander prallten und im Schutz dieses Nebels marschierten vielzählige Verstärkungen aus den Portalen. Hunderte und aberhunderte von Naga schlängelten sich hervor, begleitet von ganzen Kompanien von Höllen-Orks. Die Durchgänge erschienen direkt zwischen den Zaubergruppen und einige der Krieger, die daraus hervorströmten, prallten mit Maievs eigenen Truppen zusammen. Sie erkannten, dass die Illidans Truppen durch die Tore zurückdrängen mussten, bevor ihre zahlenmäßige Überlegenheit zum Tragen kommen konnte. Die Flaschenhälse der Portale könnten von einer Handvoll Kämpfer gehalten werden. Maiev rief Befehle, wie es ihre Soldaten angehen, die anrückenden Illidari in die Offensive zu gehen. Das war natürlich nur eine kurzfristige Lösung. Früher oder später würden die größere Streitmacht siegen. Doch dazu würde es nicht kommen. Ihre Truppen mussten ihr nur genug Zeit verschaffen, damit sie Illidan erreichen und seiner Laufbahn des Bösen einen für allemal ein Ende bereiten konnte. Als ihre Krieger den Befehlen nachkamen, wurde jedoch klar, dass der Verräter mit einer solchen Strategie gerechnet hatte. Es waren zu viele Portale. Ihre kleine Streitmacht konnte sie nicht alle blockieren. An den Rändern des Handgemenges tauchten immer neue Illidari auf. Maiev beeilte sich, um den Verräter noch zu erreichen. Ganz gleich, was geschah, sie wollte zumindest ihre Rache. Als hätte er ihre Gedanken gelesen und beschloss sie zu verspotten, bereitete Illidan in diesem Moment die Schwingen aus und stieg in die Luft empor. Sie spürte noch mehr Magie und blickte sich um. Inmitten einer Gruppe mächtiger Nagerzauber stand Lady Vash. Die Anführerin des Schlangenvolks setzte ihren vernichtenden Sprüche ein und die Angreifer fielen zu Dutzenden. Der bittere Geschmack der Niederlage lag Maiev auf der Zunge. Plötzlich sprang ihr ein gewaltiger Höllenorg entgegen. Seine riesige Axt sauste herab, aber sie duckte sich, rollte nach vorn und durchtrennte mit ihrer Schattensichel die Achillesfersen der Kreatur. Eine Verlangs weiterer Höllenorgs stürmte auf sie zu und Maiev spannte die Muskeln. In diesem Moment zuckte ein Blitz purer Kälte durch ihren Körper und ließ sie wie unter einem Schock erstarren. Lady Vash hatte sie mit einem ihrer Zauber getroffen. Die Orks kamen mit wahnsinnigen Gebrüllen näher, während Maiev versuchte, ihre gefrorenen Glieder zu bewegen. Doch ihre Muskeln reagierten nicht. Sie würde sterben und Illidan würde einmal mehr davon kommen. Die Höllenorgs kamen furchtbar schnell näher, speicheltroff von den Lippen eines besonders großen, rothäugigen Vertreters, als er eine Axt über den Kopf hob. Maiev weigerte sich, die Augen zu schließen. Aus dem Nichts sauste plötzlich ein Pfeil heran und grub sich in den Hals der Kreatur. Ein Zweiter folgte und traf die Schulter des Orks, sodass er um die eigene Achse wirbelte, während er zu Boden ging. Noch mehr Pfeile, alle mit Anindras unverkennbarer, grün-roter Fiederung. Regneten herab und fällten die Höllenorgs. Einer von ihnen stolperte über die Leiche seiner Kameraden, aber der Nächste, ein Berserker, sprang über den schnell wachsenden Berg von Kadavern und warf sich Maiev entgegen. Dieser schaffte es, ihren Arm zu bewegen und hob ihn zu einer Parade. Zu langsam, zu langsam. Sarius sprang in Gestalt einer mächtigen Raubkatze von der Seite herbei. Er packte den Arm des Höllenorgs und verlagerte sein Gewicht, um den Gegner aus der Balance zu bringen, während er ihnen gleichzeitig die Klauen ins Fleisch schlug. Rötlich-schwarze Furchen prangten auf dem Hals des Berserkers. Blut spritzte. Weitere Orks schürzten sich auf Sarius, entschlossen ihn zu Boden zu zerren. Der Druide erhob sich, diesmal in der Form eines Bären, und fegte die Angreifer von sich. Ihre Klingen hackten in sein Fell und brachten ihn zum Bluten. Aber die Magie, die Sarius inne wohnte, verschloss die Wunden wieder. Maiev spürte eine Hand auf ihrer Schulter. Sie wirbelte herum und blickte in Anindras angewidertes Gesicht. Wir müssen hier fort, rief ihr Leutnant. Ihre Stimme war bereits heiser von den Befehlen, die sie über den Lärm der Schlacht hinweg brüllte. Nur wenige aus Maievs Gruppe lebten noch. Eine Hand voll ihrer Draenei und Zerschlagenen, Anindra und Sarius. Die Portale waren inzwischen vollständig geöffnet. Und Höllenorg um Höllenorg, Naga um Naga, strömte daraus hervor. Dies war mehr als eine Gruppe von Leibwächtern. Dies war eine Armee. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie fliehen sollten. Sie könnten ihre Truppen den Befehl zurückzugeben, um den Kampf ein andermal fortzusetzen. Aber sie wusste, dass sie vielleicht nie wieder eine solche Chance erhalten würde. Sie musste den Verräter heute vernichten. Selbst wenn sie dafür ihr Leben und ihr Leben ihrer Mitstreiter opfern musste. Kein Preis wäre zu hoch für diesen Erfolg. Ein riesiger Schatten fiel über sie. Sie blickte auf, gerade als Illidan mit ausgestreckten Schwingen über ihr vorbeiflog. Sein unheimliches Lachen hallte über das Schlachtfeld und war selbst über das Klirren der Klingen, die Kriegsschreie der Zerschlagenen und das Heulen der Höllenorgs noch zu hören. Magische Energie hüllte Maiev ein, als die Zauberwirker, der Blutelfen und Nager das unterbrochene Ritual fortsetzten. Schwarze Sphären wirbelten über das Schlachtfeld und lange Tentakel aus Dunkelheit streckten sich aus ihnen herab, um die Verwundeten und Sterbenden zu berühren. Wo immer dies geschah, schrien die Opfer auf und alterten innerhalb weniger Herzschläge um viele Jahre. So, als wäre ihnen die Lebenskraft ausgesaugt worden. Schwarze Funken stoben aus ihren Leibern, die nach oben in die unheiligen Sphären empor glitten. Maiev erkannte, dass es die Seelen ihrer Kämpfer waren, die da verschlungen wurden. Nicht einmal die Seelen der Toten waren sicher. Wann immer die Tentakel eine Leiche berührten, zerfiel ihre Lederrüstung oder ihr Kettenpanzer. Helle Kettenpanzer wurden trübe und rostig und ihr Geist wurde in Form schwarzer Funken aufgesaugt, genau wie bei allen anderen. Mit jeder absorbierten Seele wurde die Sphären größer und dunkler. Schwarze Blitze tanzten zwischen ihnen dahin und bildeten gewaltige Ketten aus Energie. In der Luft über dem Altar erschien derweil ein schimmerndes Loch, das sich von den Seelen der Gefallenen näherte. Maiev sah sich nach Akama um und entdeckte ihn ein Stück weiter den Hang hinauf, wo er mit angewidertem Gesichtsausdruck dastand, während der mächtige Zauber Form annahm. Sie schlug sich einen Weg zu ihm frei. Hatte er gewusst, dass es seine Falle war? Anindra kämpfe konzentriert an ihrer Seite und Sarius trampelte als riesiger Bär mit Wehren. Mit, während er noch immer ein Dutzend Höllenorchs hinter sich herschleifte. Der Droide blutete aus etlichen Schnittwunden und seine Magie konnte sie nicht länger alle heilen. Maiev blickte auf hunderte Leichen. Die meisten von ihnen waren Drenai, nur ein paar Nachtelfen oder Zerschlagene und viel zu wenig Höllenorchs, Nager oder Blutelfen. Es entging ihr nicht, dass auch viele Mitglieder der Aschenzungen unter den Gefallenen waren. Von seiner Position auf einem Felsen raus rief Akama. Dieses Gemetzel war nicht Teil des Plans. Ihr sagtet, wir würden nur Maiev gefangen nehmen. Also war es doch nur eine List gewesen. Geplant von Edidan und dem hinterlistigen Zerschlagenen. Der Gedanke erfüllte die Wächterin mit Zorn. Edidans Stimme dröhnte magisch verstärkt über das Schlachtfeld. Und wir werden Maiev gefangen nehmen, Akama. Aber es gibt noch andere Dinge, die heute erledigt werden müssen. Er klang wahrlich dämonisch. Akama schrie und hob die Fäuste. Verkettete Blitze kreisten um seine Finger und einen Moment lang sah er aus, als wolle er Edidan tatsächlich angreifen. Doch dann erkannte er, wie nahe Maiev ihnen inzwischen gekommen war. Er machte eine Handbewegung und mit einem Schimmern in der Luft war er verschwunden. Auf die Anhöhe, rief Maiev. Dort können wir uns besser verteidigen. Anindra nickte. Doch einen Moment später weiteten sich ihre Augen vor Schrecken. Eine orkische Klinge ragte aus ihrer Brust. Und ein muskulöser roter Arm legte sich um ihren Hals. Ein knackendes Geräusch erklang, als ihr Genick brach. Dann kippte sie nach vorn. Sarius brüllte vor Trauer und Zorn. Der Laut hallte durch die Luft, echote durch die Kluften und Spalten und einen Moment lang übertönte er selbst das Donnern des Vulkans. Der Droide warf sich auf alle Viere, schüttelte die Höllenorks ab und packte Anindras Mörder mit seinen Kiefern. Anschließend richtete er sich auf die Hinterbeine auf und schüttelte ihn hin und her, so wie ein Hund es mit einer Ratte tun würde. Das Genick des Orks brach ebenfalls. Zauber explodierten rings um den gewaltigen Bären. Seine Bewegungen wurden langsamer, während Höllenorks um Höllenorg auf ihn einstürmten und ihm blutige Wunden beibrachte. Immer mehr wurden es. Und so enorm seine Kraft auch war, sie hatte ihre Grenzen. Er wurde zu Boden gezerrt und in Stücke gehackt. Eine rasende Wut bekam Maiev. Sie sprang mitten unter die Höllenorks und schlug sich mit der Klinge einen Weg durch sie hindurch. Einen köpfte sie, der nächsten hieb sie den Arm ab und einen dritten schnitzte sie den Bauch auf. Ein roter Nebel schien die Luft vor ihr zu erfüllen. Sogar die Höllenorks bekamen es mit der Angst zu tun, als sie einen Berg aus Leichen neben sich auftürmte. Doch dann sprang einer von ihnen, der mutiger war als die anderen, wieder vor und der Rest folgte seinem Beispiel. Maiev hackte und schnitt und schlug, bis ihr Arm fast erlärmte und sie aus tausend Schnitten blutete. Sie wusste, dass sie sterben würde und wenn sie schon nicht den Verräter mit ins Grab nehmen konnte, dann zumindest so viele seiner Anhänger, wie es nur möglich war. Selbst als Erschöpfung, Blut und Schweiß ihr die Sicht raubten, kämpfte sie weiter. Ihre Glieder fühlten sich an wie Gelee, jedes Quäntchen Kraft war verbraucht und sie fand sich allein in einem Kreis von Toten wieder. Die Höllenorks starrten sie ehrfurchtsvoll an. Sie hatte Dutzende von ihnen getötet und es waren noch nicht genug. Es würde nie genug sein. Über ihr flackerte schwarzes Licht, von einer Sphäre zur nächsten, während noch mehr Toten und Sterbenden die Seele entrissen wurden. Maiev erkannte zu ihren Grauen, dass sie Elidan letztlich nur bei seinen Beschwörungen geholfen hatte. Die Seelen ihrer Opfer machten den Zauber stärker und die freigesetzte Energie half dem Loch über den Altar, ein Loch im Gewebe der Realität selbst, weiter zu wachsen. Es wurde kalt und vom Rand der Ewigkeit holte heftiger Wind heran. Elidan schwebte über dem Blutwald, blickte triumphierend und mit ausgebreiteten Schwingen auf sie herab, eingehüllt in einer Aura böser Macht. Sie begegnete seinem Blick und er machte eine Geste. Dunkle Energie fuhr aus seiner Faust wie der Speer eines wütenden Gottes. Schmerzen durchzuckte sie, brachten sie zum Stolpern und sie stürzte. Die Höllenorks schoben sich auf ihr gefallenen Körper zu und so sehr sie auch versuchte wieder aufzustehen, sie schaffte es nicht. Das Schlagen gewaltiger Schwingen drang an ihren Ohren. Sie hob den Kopf und sah Elidan über ihr stehen. Ein hasserfülltes und boshaftes Lächeln verzerrte seine schmalen Züge. Du bist jetzt in meiner Gewalt, Maiev. Ich werde mir alle Mühe geben, damit deine Gefangenschaft ebenso angenehm wird, wie meine es war. Er wandte sich um und knurrte einen Befehl in Richtung der Höllenorks. Maiev stemmte sich gegen den Boden, wollte sich aufrichten und nach ihm schlagen. Er sauste seine Faust mit der Wucht eines Vorschlagsammers herab und schmetterte sie zurück in den Stauf. Ich habe andernorts noch etwas zu erledigen, erklärte er. Aber eine passende Unterkunft wurde bereits für dich vorbereitet. Ein Käfig, der sogar dich halten wird. Wächterin 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 Untertitelung des ZDF, 2020